Der SC Bern, der kehrt also auf die Siegerstrasse zurück hier in Lugano, auch dank dem Goalie Daniel Manzato. Gratulation für diese starke Reaktion. Wie ist es für Sie jetzt, mit diesem Shutout hier diesen Abend zu beenden? Das war ein super Spiel. Wir haben wirklich sehr gut defensiv gespielt und für uns diese drei Punkte sind riesig. Für Sie persönlich sicherlich auch ein wunderbarer Abend. Ja, das war nicht so einfach. Lugano hatte viele Schüsse und viel Trafik. Aber das war ein guter Abend für mich. Sie haben bald Geburtstag. In elf Tagen werden Sie 39 Jahre alt. Sie sind aber nicht der älteste Spieler beim SC Bern. Tut es gut, dass man nicht der Älteste ist? Ja, ich denke, ich bin ein bisschen wie ein guter Wein. Alter und besser. Aber ich fühle mich sehr gut. Gratuliere. Ja, danke.